Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zur Mengenlehre in der Mathematik. Heute nochmal mit einer, ja ich würde nicht sagen Übung, sondern es ist schon eine richtige Definition, aber ihr kommt ein bisschen mehr in diese Schreibweise und in das Denken mit Mengen rein. Und ich glaube, dass man hieraus auch eine wunderbare Python-Übung machen kann für alle Programmierer da draußen. Heute geht es um die Potenzmengen. Wir machen heute ein bisschen Gehirnwendungstraining, okay? Okay, denn zum ersten Mal bleiben wir nicht bei einer Menge, sondern bauen aus einer Menge neue Dinge. Und, also ohne jetzt eine zweite Menge für Operationen zu haben. Und das ist die Potenzmenge. Wir fangen mal an mit der mathematischen Definition von der Potenzmenge. Und die sieht fancy aus, weil wir das erste Mal so einen komischen Schreibschriftsbuchstaben haben. Und zwar das P. P von M, also die Potenzmenge einer Menge. Oh, ich habe hier gar keinen Laserpointer. Die Potenzmenge einer Menge ist definiert als die Menge aller Mengen, für die gilt, A ist eine Teilmenge von M. Okay, let that sink in, sagt man so schön. Denkt da kurz drüber nach und versucht herauszufinden, was damit gemeint ist. Jetzt folgt die anschauliche Darstellung. Also, wir haben eine Menge M, die in unserem Fall nur zwei Elemente enthält, weil das Ding wirklich sehr schnell sehr riesig werden kann. Dazu kommen wir gleich noch. Und in dieser Menge M sind in unserem Beispiel jetzt hier gerade mal zwei Elemente, wie gesagt, drin. Nämlich einmal die 42 und einmal die 1337. Das ist unsere vollständige Menge M hier. Und diese Menge M kann ich jetzt zu einer Potenzmenge machen. Das heißt, wir schreiben die Potenzmenge von M. Ich habe die Buchstaben absichtlich gleich gewählt. Also, dieses M hier bezeichnet diese Menge hier. Wir bauen die Potenzmenge von einer Menge. So. Und wenn wir jetzt die Potenzmenge einer Menge bauen, bauen wir auch wieder eine Menge. Das ist das Ding hier, was wir uns hier überlegt hatten. Ja, das ist quasi hier auch wieder eine neue Menge. Nur einen großen Unterschied haben wir, wenn davor irgendwelche Zahlen oder andere Objekte enthalten waren. Die Potenzmenge beinhaltet immer Mengen. Die Potenzmenge ist eine Menge aus Mengen. Das ist ein bisschen weird am Anfang das Konzept zu verstehen, aber das kennen die Programmierer unter euch auf jeden Fall. Denn wir können auch eine Liste aus Listen haben, ein Set aus Sets, ein Array aus Arrays und so weiter und so fort. Wir schachteln diese Dinge ja öfters mal. So. Und diese Potenzmenge ist jetzt definiert als eine Menge aus allen Mengen A. Für die gilt, A ist eine Teilmenge von M. Das heißt, jede einzelne Menge ist in unserer Potenzmenge drin, die eine Teilmenge von M ist. Auch eine gleiche Menge. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier jetzt einige Untermengen drin. Nämlich einmal fangen wir an mit der leeren Menge. Die leere Menge ist immer eine Teilmenge von jeder Menge. Denn, naja, die Teilmenge ist ja definiert gewesen. Das hatten wir uns ja schon angeguckt. Ich zeige euch das nochmal eben. Genau dann, um das nochmal kurz hier zu wiederholen, genau dann, wenn aus X Element A auch X Element B folgt. In unserem Fall müsste also für jede Teilmenge gelten, dass jedes Element in meiner Teilmenge auch in meiner normalen Menge enthalten sein muss. Das heißt, aus X Element A muss auch folgen X Element B. Ja, aber für die leere Menge, wie wir das gerade gesehen haben, wow, irgendwas leckt hier gerade. Für die leere Menge haben wir ja so oder so immer jedes Element in jeder anderen Menge drin. Ja, es ist ja kein Element drin. Also gilt automatisch, wenn ein Element in meiner leeren Menge drin sein sollte, ist es auch in jeder anderen Menge drin. Weil ich hab keins drin, ja. Das heißt, die leere Menge ist sowieso Teilmenge von allem. Also ist sie auch in unserer Potenzmenge enthalten. So, dann kann ich zwei relativ ähnliche Teilmengen bauen, nämlich aus meinen beiden Elementen hier. Nämlich einmal haben wir natürlich die Menge, die nur ein Element von uns beinhaltet. Und einmal haben wir die Menge, die das andere Element beinhaltet. Also einmal die Menge, die nur 42 enthält. Und selbstverständlich gilt hierfür, ja gut, das ist natürlich eine Teilmenge von M. Denn jedes Element in dieser Menge, also sprich nur die 42, weil es gibt nur die 42, für jedes Element hier drin gilt, dass es auch in unserer Originalmenge M enthalten ist. Also ist diese Menge hier eine Teilmenge von M. So, dementsprechend gilt das natürlich auch für 1337, denn 1337 ist auch nur ein Element. Und dieses eine Element ist sowohl hier drin, als auch hier drin. Und für Elemente, die hier nicht drin sind in meiner Teilmenge, muss ich ja keine Aussage treffen. Also, das heißt, diese beiden Mengen hier sind natürlich auch Teilmengen von M. Und dementsprechend auch in unserer Potenzmenge drin. Denn die enthält ja alle Teilmengen, die möglich sind, von M. Und dann gibt es noch eine letzte mögliche Teilmenge von M mit diesen beiden Elementen, nämlich die Menge M selbst, die auch immer in der Potenzmenge enthalten sein muss. Weil die Menge selbst ist natürlich auch immer Teilmenge von sich selbst. Keine echte Teilmenge, das ist klar, aber sie ist eine Teilmenge von sich selbst. Weil natürlich für jedes Element in meiner Menge M gilt, dass es auch in meiner Menge M drin ist. Das ist quasi eine Tautologie, wie man so schön sagt. So, das heißt, meine Potenzmenge hier besteht jetzt aktuell aus vier Teilmengen. Aus nämlich hier der leeren Menge, der 42, der 1337 und der Menge M selbst. So, und das ist im Endeffekt die Potenzmenge. Jetzt kann man hiermit wahnsinnig viel machen. Und es kommt häufig als Übung, dass man die Mächtigkeit der Potenzmenge beweisen soll. Was eine Mächtigkeit genau ist, das hatten wir noch nicht mal. Dazu kommen wir noch. Aber wir wollen uns auf jeden Fall mal ganz kurz den Satz angucken. Einfach der Vollständigkeit halber. Ihr könnt gerne zu diesem Video dann einfach später zurückkommen. Und wir werden in dieser Mengenlehre-Reihe und in der Mathematik-Reihe auch noch den Beweis durchführen. Allerdings erst, wenn wir uns mit Beweistechniken beschäftigt haben. Und soweit sind wir noch nicht. Das heißt, hier muss ich euch ein bisschen warten lassen. Kommt einfach wieder, wenn ihr soweit seid. Beziehungsweise wenn wir auch mit der Serie soweit sind. Aber den Satz machen wir selbstverständlich noch. Und zwar, der Satz über die Mächtigkeit der Potenzmenge. Die Mächtigkeit bezeichnet kurz gesagt die Anzahl an Elementen in einer gewissen Menge. Und selbstverständlich ist die Potenzmenge auch nur eine Menge. Das heißt, eine endliche Menge M, das ist diese hier, mit N Elementen, das ist in dem Fall ein Element, zwei Elementen. Ja, also in unserem Fall haben wir hier nur zwei Elemente drin. Besitzt genau zwei hoch N Teilmengen. Das heißt, in unserem Fall zwei hoch N ist zwei. Also zwei hoch zwei Teilmengen. N ist hier wie eine Art Parameter. Das heißt, in unserem Fall würde das behaupten, wenn meine Menge M zwei Elemente hat, dann muss meine Potenzmenge auch vier, also zwei hoch zwei, vier Untermengen haben. Und das ist ja offenbar gegeben. Wir haben keine vergessen. Wir haben keine zu viel. Das ist super. Das kann man so ein bisschen bei sich selber immer kontrollieren. Wenn wir jetzt hier allerdings drei Elemente drin haben, sagen wir 42, 43 und 1337, dann haben wir hier nicht nur vier mögliche Mengen in meiner Potenzmenge, sondern gleich noch ein paar mehr. Nämlich zwei hoch drei, weil wir ja drei Elemente hatten. Ja, dann sind wir hier also bei zwei hoch drei ist acht möglichen Mengen oder insgesamt Mengen in meiner Potenzmenge. Also die Anzahl an diesen Untermengen hier. Und ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Versucht mal hier tatsächlich eine Menge mit 42, 43 und 1337 zu bauen und daraus die Potenzmenge zu machen. Das ist noch einigermaßen übersichtlich. Alles, was ein bisschen mehr ist, was so vier, fünf, sechs Elemente in der Menge hat, da wird dann die Potenzmenge auch dementsprechend unübersichtlich. Ihr könnt versuchen, das mit Python-Code zu machen. Das können wir gerne machen, wenn ihr euch das wünscht. Dann bitte in die Kommentare damit. Wie gesagt, die Reihe hier lebt mit eurer Zusammenarbeit. Und ansonsten gehe ich hier quasi einfach nur durch. Okay, und ja, den Beweis, den machen wir selbstverständlich später, wenn wir die Beweistechniken hatten. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.